Navigationsbereich minimieren Haben Sie gewusst, dass Sie in Outlook 2010 den Navigationsbereich minimieren können? Das bringt folgende Vorteile mit sich. Sie verschaffen sich mehr Platz für Ihre Mails und den Inhalt des ausgewählten Navigationspunktes. In der Navigationsleiste werden dann die Navigationspunkte als Icons definiert. Achten Sie hierbei auf das kleine Als-Zeichen neben dem gerade geöffneten Outlook-Modul. Klicken Sie auf dieses Zeichen, um den Navigationsbereich zu minimieren. Der Navigationsbereich hat sich verkleinert und die Leiste ganz links enthält nun alle Elemente. Wählen Sie die Schaltfläche Ordner an, öffnet sich neben der Schaltfläche ein Kasten, der die Outlook-Module beinhaltet. Ein erneuter Klick auf die Schaltfläche schließt den Kasten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gesendete Elemente, um in diesen Ordner zu wechseln. Entscheiden Sie sich für das Kalendersymbol, um in die Kalenderansicht zu wechseln. Der Bereich für den Kalender hat sich bedeutend vergrößert. Das erleichtert schlussendlich die Arbeit in der Kalenderansicht. Einsicht in die Kontakte bekommen Sie, wenn Sie auf das Kontaktsymbol klicken. In der vergrößerten Ansicht haben Sie eine verbesserte Übersicht über Ihre Kontakte und es besteht weiterhin die Möglichkeit, Ihre Kontakte mithilfe der Suchleiste zu durchsuchen. Alternativ können Sie auch die Alphabetsleiste nutzen. Für den Wechsel in die Aufgabenansicht reicht der Klick auf das Symbol Aufgaben. Hier können Sie erneut die Vorteile eines minimierten Navigationsbereiches erkennen. Wenn Sie nun die Schaltfläche Ordner wählen, öffnet sich ein Kasten mit den Verlinkungen zu den Punkten Vorgangsliste und Aufgaben. Klicken Sie auf das E-Mail-Symbol, um in die E-Mail-Ansicht zu wechseln. Falls Sie erneut den Navigationsbereich einblenden wollen, müssen Sie nunmehr oben auf das Größer-als-Symbol klicken. Damit haben Sie die gewohnte Ansicht wiederhergestellt.